Herzlich Willkommen zurück zu eurer Binding Heretic Mod. Wir machen einen neuen Random Run. Ich habe das Gefühl, Apollion oder Job? Shemden. Shemden. Was kann der nochmal? Ach, der hat Flaming Tears und Fat Damage, ne? Und drei Herzchen, okay. Das ist mal wichtig. Diese ganzen wenig Herzchen Runs gehen mir ziemlich auf den Sack momentan. Die nerven mich schon brutal. Wenn du stirbst am Anfang immer gleich, das sieht immer so scheiße aus, ne? So. Ja. Das ist klar, passiert halt. Das passiert einfach mal, was soll ich machen? Wir haben auch mit dem gute Shardspeed. Das heißt einfach auf Range bleiben, ne? Aber das geht halt manchmal so schlecht, wenn die Gegner so schnell rankommen. So. Direkt Boss. Ja, komm, warum nicht? Little Horn. Boom. Macht's. Und tschüss. Yeah. Speed Up, Scythe Down und Luck Up. Sehr schön. Da kriegst du echt einen massiven Speed Boost, ne? Das ist schon geil. Echt? Und da war's, das mit zwei Herzchen. Hallo. Gut. 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 first eyeshot. Der Hammer. Ich bin glücklich. Odd Penny. Unnötig. Aber okay. Darf ich mit einem Schwarzherz weitergehen? Naja, wir gehen mal hier rein. Den Boomerang. Eigentlich nicht. Wir gehen weiter. Konzentration. Oh. Sie haben keine Bomben, ne? Scheiße. Das muss ja sein. Gib mir Bomben. Boah, da explodiert alles und du darfst eigentlich nicht mal getroffen werden, sonst bist du schon wieder RIP. Ich brauch doch nur ne Bombe, Mann. Boah, hab ich gar nicht gesehen, aber noch weiter. Das stimmt, in allen vier Ecken geht dieser Raum hier, ne? Komm. Fuck. Warum schaffst du es nicht hier durch? Mädchen. Ha, geil. Wieder ne Batterie. Was soll ich denn damit? Ich brauch ne Bombe. Brauch da ne Bombe, Mann. Ja, furzt du dich mal hier. Furzt du dich hier mal kaputt. Und Shiny Rock. Nehmen wir. Ah, da ist Unicorn Storm. Ja, das ist auch in Ordnung. Das ist hier. Oh mein Gott. Da werde ich nur unsichtbar. Scheiße. Dann bin ich jetzt tot. Ich hab gedacht, dann mach ich auch Schaden. Dunkelblau schießt, ne? Ne, gibt Fliegen. Okay. Dann lass ich mir beides geben. Das weiß ich auch nicht so genau. Ah, das ist wieder Fail hier. Boah. Echt jetzt? Keine Bombe? Was mach ich denn jetzt? Ich muss doch zum Boss. Scheiße. Ist ja echt fies. Das kann ganz schnell vorbei sein jetzt. Das macht doch Damage, oder? Nee, das macht kein Damage. Boah. Hier war's mit Bomben. Komm. Ja, genau. Ein Kackhaufen. Unfassbar. Hallo das Herz. Ich dreh durch. Gut, wir werden nochmal wiederbelebt. Wir haben Curse of the Labyrinth. Wir haben den Sun. Das nehmen wir hier direkt mal. Okay. Oh mein Gott. Fuck. We are back on track. Echt? Warum ich bin da stehen geblieben? Hey, unten links ist so ein Teil. Okay, merken. Und jetzt die auch nicht mehr treffen lassen, sonst... Das ist natürlich fett jetzt mit Drack-Tor-Beam, aber... Erstmal... Oh, ist das riesig. Okay. Okay. Wir haben eine Bombe. Ich muss da unten irgendwie hin. Und auf ein bis zwei blaue Herzchen hoffen. Und dann ist alles gut. Eins. Okay. Ganz vorsichtig hier. Ganz, ganz vorsichtig. Puh. Auf jeden Fall das Herzchen irgendwie behalten. Wir sind schnell. Wir haben Damage. Wir haben Track-Tor-Beam. Eigentlich alles okay, ne? Eigentlich alles okay, ne? Eigentlich alles okay. Ist da noch was? Guck mal da. Ist da nicht auch noch was getroppt? Ja, fett. Ist da nicht auch noch was getroppt? Ja, fett. Vielleicht noch so ein Teil. Echt? Achso, dieses Mal sind die anderen zwei. Okay. Oh. Komm schon. Was haben wir hier? Das ist blöd. Oh. Komm schon. Das sollte reichen. Oh, mit. Nehmen wir mit. So, wir haben eine Bombe. Wo war das hier direkt? Ja. Da drüben könnte ich auch mal gucken. Oh, hier ist ein Loch. Ja, das machen wir auch. Papier abgibt das, ne? Cool. Provision. Ja, mir wurscht. Da komme ich nicht dran. Dann gehen wir durch den kleinen Raum. Große Räume habe ich keinen Bock. Hahaha. Wäre das mir auch lieber. So, Batterien. Super. Okay. Alles klar. Ja, dieser Tractor Beam. Ich mag den einfach. Gut, haben wir auch. Müssen wir nur auf Kackhäuschen sowas auffassen. Denn die Explodieren glaube ich auch, soweit ich das weiß. Und tschüss. Mann, hier haben wir eigentlich auch genug. Ach, hier sind doch. Das ist doch mit Retrovision. Retrovision gar nicht so wirklich, ne? Haben wir noch einen Balls of Steam? Fuck da, ne? Fuck da auch. Alter. Shop. Ja, da müssen wir auch hin. Bömschen. Bömschen. Wird bömschen. Ist okay. Äh, hier unten geht's weiter. Ich habe gerade den Ausgang gesucht. Oh, echt? Scheiße. Ja, natürlich. Das nehmen wir mit. Spenden wir mal ein bisschen. Wir müssen ja so langsam irgendwann mal die Kiste ja voll kriegen. So, und weiter. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. U2 sogar. Dankeschön. Nochmal irgendwo eins? Ich sehe keins mehr. Und noch ein Bömschen. Und noch ein Steinchen. Super. Läuft. Hier. Ja. Cool. Nee. So. Stein. Oh, Ficker. Stirb. Tot. Gut. Hat mich aber noch auf ein Herz gekostet. Blöd. Oh, ja. Sehr geil. Ah, danach gehen die aber nicht mehr im Dings entlang. Okay. Gut. Ja, geil. Oh. Hoffentlich trifft der mich nicht. Okay, er trifft mich nicht. Das ist okay. Ich habe schon gedacht, der trifft mich jetzt automatisch, wenn ich unten stehe. Weil dann, wenn ich mich nach ganz links und nach ganz, oder nach ganz rechts. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ach, das ist echt so ein Billoboss. So, jetzt gibt mir aber auch mal was Gutes. Das ist ihm feuer, das ist in Ordnung. Aber die Range. Okay. Und kein Devil Deal. Schon vier Ebenen durch. Kein Devil Deal bekommen. Okay. Das läuft. Das ist echt in Ordnung bisher, ne? Das gefällt mir ganz gut. Ui. Danke, Maske. Danke, Maske. Danke, Maske. Ach, shit. Können die auch an der Wand? Dann könnte ich ja die Wand kaputt machen. Oh, fuck. Immer mehr. Shit. Das war echt blöd. Treffe ich die alle vier so? Warte mal, wenn ich reingehe. Ja, cool. Aber natürlich war nichts drin. Ich hab wieder super wenig Herzen. In diesen scheiß explodierenden Bomben. Aber was soll ich machen? Ich brauch die ja. Mungo Friend. Ist hier unten noch irgendwas? Nö. Geh dann raus. So, der Mungo Friend. Ja, das ist in Ordnung. Wahnsinn. Okay, ist eine Sackgasse. Dass hier alles explodiert. Das könnte mir wirklich noch zum Verhängnis werden. So, because of the maze. So, wenn ich hier drauf schieße, könnte das nicht explodieren, oder? Das geht nicht. Nee. Okay. Ja, mal nehmen wir mal mit. Nö. Nö, nö, nö. Dann nehmen wir lieber die Consumables mit. Nee, Latscher wollen wir auch nicht unbedingt werden. Danke. Danke. Jetzt hier. Ja, von mir aus. Mal wieder ein bisschen spenden hier. Eine Eben haben wir ja noch, ne? Ja, komm, gehen wir zum Boss. Gyshi. 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 Ich hab Gishy. Gerne. Und auch Little Gish wieder, ne? Der ist so unnötig. Ja, Little Gish heißt ab hier in der Basement. Da haben wir doch. Und ein Devil Deal. Nein. Das sind mir meine Herzen jetzt so wichtig. Ich hab so geile Tears. Da ist jetzt kein Little Brimstone noch dazu. Muss ich halt runtergehen von Dings. Das ist Blödsinn. Oh, echt? Scheiße. Das war blöd. Ein Sack. Früher waren da viel mehr Karten drin. Okay. Oh, das ist nett. Dankeschön. Und wir bekommen Das ist unnötig. Ein Bombenbettler. Auch unnötig. Verstehe ich mal. Diese Bombenbettler verstehe ich nicht. Okay. Nix drin. Dann spenden wir den Rest. So viele Münzen bekomme ich eh nicht mehr. Die können wir mal wegsprengen. Was war das denn? Was war das bitte? Manchmal explodiert hier einfach irgendwas. Und ich weiß nicht warum. Gefühlt kommen ja auch keine schwarzen Herzen mehr raus. Null. Ich glaube, seit ich es im Mod-Spiel noch nie passiert. Was jetzt natürlich geil wäre, wer Spectral Tears hier ist. Okay. Karte. Okay. Charity wenigstens mal was hier. Hä? Oh mein Gott. Ich hasse das ja. Ich hasse diese Viecher ja ohne Ende. Okay. Und hier gibt's... Komm, komm mal. Da sind ja eh keine Schlüssel gerade, ne? Ey Priestress. Ne? Ohne, ich habe lieber Chariot mit. Lustiger. Money. Nee. Und hier geht's sogar weiter. Gut. So, hier ist der Boss. Ich geh aber nochmal hier rein. Irgendwie ein gutes Gefühl bei dem Raum. Okay. Okay. Na ja, die ist natürlich blöd, die rote Mom. Mit dem Teil hier. Dann könnte vielleicht mal mein Fan explodieren. Und ich dann auch. Willkommen ab. Das ist gut. Und jetzt kommt Krampus. Oh nein. Und das nehmen wir mit für eins. Ich glaube, ich spore. Ja, dann machen wir das so. Dann nehmen wir den wieder mit. Das ist schon das zweite Kapital, ne? Gut. Kein Law Curse, bitte Curse of the Lost. Natürlich. Warum auch nicht? Oh, was war das? Das war dieses Viech, was mich da getroffen hat. Okay. 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 Vier blaue Herzchen. Komm, wir machen das scheiß drauf. Natürlich. Ah, was soll ich machen? Komm ich nicht durch. So, jetzt konzentration. Sonst geht es wieder in die Hose hier. Das ist echt ein Monster auf Range bleiben, ne? So, Geld trotzdem immer noch einsammeln. Vielleicht kommt ja ein Teufelsbettler. So, jetzt Polyphemus oder so. Wäre einfach nur fett. Oder eben Dings-Tiers. Spectral-Tiers. Würde ich ganz großartig finden. Was ist das so groß hier? Okay. Erstmal schießen. Auch cool. Auch cool. Die sind irgendwie lieber. Lieber fliegen. So, komm. Kann hier was Gutes drin sein? Zweierwürfel Raum. Macht die Consumables im Raum, glaube ich, ne? Okay. Sackgasse. Ah, das ist ein fieser Raum. Okay. Ich glaube, das Herzen sehe ich. Das ist gut. Gibt aber noch irgendwas hier. Das können wir auch mitnehmen. Noch irgendwas? Nein. Gut, dann geht's da hoch. Wenn ich's hier mal... einfach legen. Ah, das kann fies ausgehen. Danke. Okay. Hier vielleicht. Ist krass, wenn man das manchmal dann einfach... ...ein Gefühl hat. Dann kommt halt einfach nix. Ja, tschüss. Oh, hier müsste der Boss sein irgendwo. Ja. Genau. Geil, hier kann man halt so geil über die Ecke rumschießen, ne? So, Boss. Scrollex. Ah, den mag ich ja überhaupt nicht. Oh, fuck. Jetzt muss ich in dem Moment explodieren. Scheiße. Ha, geil. So, mal gucken, wie das aussieht hier. Jetzt kann ich hier wirklich durchschieben. Ach, scheiße. Das geht gar nicht, wenn man... Oh, das ist ja nervig. Wie viele Herzen habe ich noch? Zwei? Drei? Zwei. Boah. Okay. Zwei Herzen. Schlecht, 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 schlecht. Ganz schlecht. Oh, jetzt ist da nur dieser Scheiß drin. Jetzt habe ich gehofft, dass ich hier irgendwie Herzchen rausholen kann. Ich sehe keinen... Oh, da. Oder? Nein. Shit. Oh, meine Güte. Ist das wieder enge Kiste hier? Oh, fast da dran gelaufen, weil der Ding mich hier rumswitcht. Ist da irgendetwas? Nein, ne? Ein Herz. Oh, ich habe es schon gesehen gerade. Naja. Ich habe mir ein Bestes gegeben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das ist halt eine fiese Mod. Probiert es erstmal aus. Bitte mit Flame erstmal selbst probieren. Erstmal das Spiel durchspielen und selbst probieren, man. Diese Scheiß-Mod. Das macht ja Spaß. Aber es ist so bumm, 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 bumm. Da pumpt das Herz. Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.